Wir gehen aufs Scanner Tour. Ihr wolltet das sehen, nachdem die Galaxis wieder da sind. Wir haben uns gerade gestärkt. Justus hat gerade gekocht. Wir sind seit 8 Stunden unterwegs und jetzt packst du die Cam aus, wo das Dunkelbeer ist. Jetzt wird das interessant. Das wollen die Leute sehen. Die wollen dich nicht beim Kochen zuschauen. Obwohl er klasse gekocht hat. Gut gestärkt jetzt für die Tour. Augen, du hast mir eine große Hilfe. Ich habe gemacht, was ich konnte. Nichts. Schauen wir mal, was heute so geht. Schauen wir mal rein. Wir haben hier Justus den Despotazemer. Oh mein erstes, das mir geflohen ist. Echt jetzt? Ja. Oh mein, ja. Echt? Aber das war nicht das erste, das geflohen ist. War es echt? Ich habe es auch versucht. Ja, natürlich. Immer gelbe Bälle. Ihr habt ja Hyperball genommen, oder? Ja. Ja, ich auch. Ja. Geht schon mal gut los. Kein Kommentar. Nein, absolut nicht weit. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Ich bin hier. Wie viele Eier? Fünf Stück. Fünfzehner. Schauen wir mal. Ja. Schön, dass mir das Lavita letztens abgehauen ist, als du gefilmt hast. Ich wusste es, habe ich gesagt. Super. Du sagst ab jetzt gar nichts, mein Claudi, bitte. Ich sage fünfmal Schrott. Was warst du bis jetzt? Skorble. Schau, Tanze und so. Und schon wieder recht. Ja, Tanze ist der von mir. Ja. So, und jetzt kommt die Ansage von Hong. Hong sagt Lavita. Nö. Nö. Nö, ich sage Wurkelung. So, dreimal Schrott, schon wieder recht. Mhm. Aber jetzt kommt ein Lavita. Mülltank. Mülltank? Ich habe es halt noch nicht. Hey, das ist cool. Das ist echt cool. Ja. Nice. Und jetzt kannst du ja nur noch besser werden. Wenigstens ein Lavita. Nein, ein Lavita muss schon sein. Du hast aber jetzt Redeverbot, Claudi. Okay? Action. Ja. Zweiter Versuch für ein Lavita. Schaffen wir es diesmal, Justus? Ich habe es schon. Okay. Extra Druck für mich. 269, das schaffst du auch. Wir glauben alle an dich. Du sagst nichts. Du hast Redeverbot, Claudi. Ja. Richtig auch. Okay, ich habe es auch. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch ein bisschen pushen soll. Richtig krasses. 100% Over. 944. Die anderen haben es schon, Alter. Ich hatte ein paar Probleme. Die haben es sogar alles schon entwickelt. Gute Moves bekommen. Sondersensor Psychokinese. Also nichts, was ich jetzt noch gebrauchen könnte. Das kannst du mir ja dann oft keinmal sagen. Ach, ich habe zum Glück auch gefangen. Können wir auch. Ja, warten wir noch. Ich würde sagen, dass wir es gleich entwickeln können. Wir können warten. Oh mein Gott. Du hast mir fast das Herz gebrochen, Tati. Es gelap. Es musste auch sein, Mann. Ich war zuhause mit meinem Kind und wollte nicht schlafen, Alter. Ich habe das gesehen. Die ist so scheiße, Mann. Oh mein Gott. Und dann ging es noch. Dann kam meine Frau und dann hat es gepasst, Alter. Puh. Inshallah, Mann. Ich wohne noch gleich hier, Mann. Ja eben. Ich war in 10 Minuten hier jetzt. Supersaftig. Ja. Und ich habe es sogar. Oh yes. Supersaftig. Dimi hat mir auch schon geschrieben und so. Weißt schon, ne? Was Dimi hat auch geschrieben? Wollte Dimi auch schon? Ja, der Dimi wollte, ob ich irgendwo unterwegs bin. Claudi, Servus. Christi. Also entwickelt. 100%. Exosensory Seed Bomb. Für den Arsch. Wieso redest du ins Video? Einfach so. Ja. Okay, dann zeig du auch. Hast du es auch entwickelt, Tati? Ne, noch nicht. Der hat immer ein doppelt Psycho. Nur Psycho-Attacken. Kann ich entwickeln, Alter? Wieso nicht? Ich weiß nicht, Mann. Ich habe Angst, Alter. Ich habe Bock auf Ding, Mann. Auf Solarstrahl, Mann. Solarstrahl ist so saftig geworden. Das ist wie zu krass, Alter. Ich habe den anderen Kokowai, den ich habe. Mit ihm kämpfe ich nur noch an. Oh mein Gott, er macht das. Oh mein Gott. Ich treffe dabei. Wie der legendäre Tati ist ein Ohr. Er kriegt nur klasse Musats eigentlich. Ja. Und seit langem nicht mehr. Drachenrute. Und wieder ein Fahrgerät. Mir ist egal was. Hauptsache Solarstrahl. Ja... Oh mein Gott! Was noch? Noch einmal, noch einmal. Oh mein Gott! Sogar zwei Pflanzen-Attacken. Oh mein Gott! Du hast ja jetzt offiziell den besten Pflanzen-Attacker, den wir im Moment spielen gehen. Das hat sich ja doch gelohnt, hier zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Hast du so viele Bonbons? 2500 direkt, Mann! Baller, Mann! Direkt 2-5, Alter! Hau rein! Den pusht er jetzt fertig. Oh mein Gott, der pusht! Pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn! Pusht ihn, pusht ihn! Pusht ihn, pusht ihn! Pusht ihn ist nie gut, Leute! Ja, das habe ich echt gelernt, Mann! Ich habe jetzt alles ausgegeben, was ich hatte. Pushten ist schlecht! Alle Leute, die pushen, müssen eigentlich so eine, wie nennt man das, so eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, wo die aufhören zu pushen. Leute, das ist hundertprozentig, Mann! Mit krassen Moves, der muss gepusht werden! Mann, ich glaube, du verstehst das Spiel nicht! Kann das sein! So, du bist ja nur am Leiden gerade, Mann! Ich höreste es echt nur am Leiden! Warum filchst du mich eigentlich schon wieder? Ich wollte mich von Tati verabschieden, jetzt! Ja, sag doch was! Na, Jungs, es war schön, euch wieder zu sehen! Vielleicht machen wir mal wieder was, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe! Auf jeden Fall! Deine Leiden habe ich so nebenbei aufgenommen! Du hast doch so leid in diesem Gefühl, ja? Ach, der kann mir ja gar nichts! Der schafft sich mal einen Despoter zu fangen! Ja, das war die ultimativen Leiden! Keine Chance? Gut! Schönen Abend noch! Schade, wir hätten da rein gemusst, aber... Vielleicht hätte Claudi ihn mit ihrem Charme überzeugen können, anstatt Justus! Ich habe halt viel mehr Charme dazu! Ah, ja? Auf dem Weg zu einem Tor getickt! Richtig krass! Vielleicht erkennt ihr diese Kugel! Wir waren hier schon mal! Hier rechts! Oh mein Gott! Links oder rechts? Links oder rechts? Warte mal! Ja, warte mal! Ihr wisst, wir sind falsch abgebogen! Hoffentlich passiert uns das nicht nochmal! Aber... Es gibt keinen Weg! Justus führt uns... ...ins nirgendwo! Ich war auf der anderen Seite vom Tal! Ich bin durch den Tennis Club gelaufen! Wird das was da vorne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also Leute, ich hab's! Leider... Oh mein Gott! Justus leidet! Mach du Hotspot! Ich fang grad mit zwei Handys! Ja, aber mein Hotspot funktioniert nicht! Mein Handy spackt total ab! Geh schnell hin! Wir haben wir schon unterwegs! Ich komme! Ich muss es aber halt erst fangen! Weil wenn ich rausgehe aus dem Tal geht es halt aus bei mir das Handy! Das ist das Behinderte bei dem Handy! Oh mein Gott! Ich schaff's halt so gar nicht! Hat jemand anderes von euch einen Hotspot für mich? Mein funktioniert nicht! Mein Handy ist nirgendwo! Oh shit! Nee guck! Es kommt einfach nicht! Wie bei einem Tornupto damals! Oh fuck! Warte! Obwohl ich kein gedrosseltes Internet habe! Das kann ich sagen! Die Cloudy ist endlich fertig! Okay, ich mach mal! Okay, ich hab's! Jetzt kann ich dir schnell geben! Sehr gut Leute! Mein Pokédex-Handwerk! Gebt mir deine Seele! Puh! Jetzt musst du ihr Handy wieder geben! Hä? Ich hab den Gack hier nicht! Also ich musste filmen! Also ich musste filmen! Nein! Ich hab's ihm dann gegeben! Ja gut! Jetzt Leute! Auf geht's! Handy! Wir haben die anderen rausgelassen! Da hat's zum Glück! Noch einer wieder gespawnt! Jetzt schnappen wir uns natürlich noch! Die Cloudy ist dabei! Ja! Dann sind die anderen rausgestiegen! Dann kommen wieder die krassen Spawns! Hier ist es... Bei mir schon da? Ja! Noch nicht? Genau! Gerade vor uns! Ich stell mal kurz die Kamera hin, damit ich Curveball werfen kann! Curveball Great! Wir sind hier im Augustinum! Oh yes! Guter Abschluss für den Abend! Nächstes Slop! Hytera! Wer nichts mit der Sananabär geschaffe! Dann macht er's auch! Ansonsten traut er sich nicht! Wie fährt das überhaupt? Ich hab gar nicht geschaut! 1845! 2045! Hm! Hm! Zu kurz! Ne, ich mach's nicht! Ne! Ich mach's nicht! Ich mach's nicht! Ne! Bisschen Action! Bisschen Action! 2 Jahre gefangen! Extra Bonbons! Erstes Togetic! Sehr saftig! Ähm! Ich musste nicht mit ihm gehen! Und konnte somit ein paar Bonbons sparen! Ein paar Kilometer sparen! Ansonsten! Wie immer coole Tour! Galaxus zurück! Der ist ja eigentlich schon länger zurück! Aber das war noch vor dem Wasser Event! Dann kam überraschend das Wasser Event! Und dann hatte ich jetzt erst Zeit die Tour hochzuladen! Aber sehr coole Tour! Sehr coole Leute! Sollten Sie mir mal liken! Subscribe! Und kommentieren! Check die anderen Videos ab! Vergesst nicht Pokémon Serious Business!